Herzlich willkommen hier bei diesem neuen Video auf meinem Kanal, mit freundlicher Unterstützung von bio-gartenwelt.de, eurem Onlineshop über organische Dünger, Zusätze, Substrate und Zubehör. Die Berichterstattung wird heute zwar dominiert von dem Thema Haushalt und Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Thema Nachtragshaushalt 2021, dem KTF sowie dem WTF und allen anderen noch betroffenen, womöglich betroffenen Sondervermögen, aber am späten Nachmittag hat sich noch eine weitere Meldung ergeben und zwar wurde die Haushaltsbeschlusssitzung in KW48 für den Haushalt 2024 abgesagt. Das bedeutet also, dadurch, dass die Ausarbeitung des Haushaltsentwurfs für 2024 nochmal mehr Zeit beansprucht, wird in KW24 eine ganz neue Sitzungswoche frei und die Themen, die dort verhandelt bzw. behandelt werden, sind noch zu vergeben. Wie jetzt also im Laufe des Spätnachmittags, frühen Abends, bereits in Social Media und in den zahlreichen Kanälen rund um die Legalize-Bewegung bereits thematisiert wurde, könnte es tatsächlich dazu kommen, dass das Cannabis-Gesetz, was anscheinend wohl Stand heute fertig sein soll, laut Aussagen von Dirk Heimblut, den aktuellsten vom 22.11., könnte es tatsächlich gesetzt werden als Tagesordnungspunkt in der KW48 vor dem letztmalig aktualisierten Zeitplan in KW50 gesetzt, doch noch früher behandelt zu werden. Ein Inkrafttreten wäre dann zwar zum 01.01.2024 auch dann nicht möglich, es wäre aber immerhin, unabhängig von den ganzen Ampelplatzproblematiken und was auch immer da noch im Argen ist, wäre es schon mal über die Bühne gebracht, das Gesetz verabschiedet, zumindest im Bundestag, dann fehlt noch zweite Befassung im Bundesrat und etwaige kleinere Zusatzkomplikationen, falls sie denn überhaupt eintreten, die ich jetzt aber noch gar nicht groß thematisieren möchte, denn wir gehen jetzt mal optimistisch an die aktuelle Meldung heran. Zum Thema aktueller Gesetzesstand. Am 17.11. hat Karl Lauterbach vermelden lassen, dass das Cannabis-Gesetz offiziell in den Verhandlungen koalitionsintern angepasst sei und dass man sich nun geeinigt hätte. Am 19.11. hat Dirk Heimblut auf Instagram nachgeschoben und hat weitere Informationen zum jetzigen Gesetzesstand gebracht und meinte zwar, dass die Änderungen bereits beschlossen seien, dass aber noch feine Kleinigkeiten rund um das, ich sage mal, handwerkliche, gesetzgeberische noch in das Gesetz eingearbeitet werden müssten und deswegen könnte man noch nicht genau sagen, wann es wirklich endgültig final fertig wäre. Heute, drei Tage später, 22.11., der Haushalt wurde wie gesagt offiziell in KW 48 verschoben, da eben die Ausarbeitung noch mehr Zeit beansprucht. Ja, und dann auch raufhin wurde direkt nachgefragt, wer der Keimblut von vielen Accounts. Er hat sich dann umgehend über eine Insta-Story zu Wort gemeldet. Wir schauen uns diese im Verlauf des Videos noch an, aber schon mal sehr interessant zu sehen eben, dass es durchaus tatsächlich möglich sei und das Gesetz stand heute mit allen Abänderungen und feinen Anpassungen, die dazu noch benötigt wurden, tatsächlich anscheinend fertig sein soll. Erstmal die Insta-Story vom 19.11., wo er auf eben diese noch zu bearbeitenden kleinen Änderungen eingeht, wie folgt zu sehen. Naja, viele haben jetzt mir gepostet, Vorhang auf, das Gesetz ist doch geeinigt, jetzt könnt ihr doch endlich richtig aus dem Quack kommen. Ganz so leicht ist das leider nicht. Zunächst nochmal ein bisschen was dazu, wie Verhandlungen ablaufen. Bei Verhandlungen ist es so, dass die Verhandlungsgruppe in aller Regel besteht sie aus den Sprecherinnen, Sprechern, vielleicht stellvertretenden Vorsitzenden der jeweiligen Fraktionen und den Berichterstattern, also den Menschen wie mir, dass diese Verhandlungen natürlich im sehr engagierten Rahmen sehr ausführlich geführt werden, aber auch dann, wenn sie zu Ergebnissen führen, die Ergebnisse am Ende erst noch in rechtssichere Papierform gebracht werden müssen. Das machen meist nicht die Verhandler und Verhandlerinnen, das macht auch Sinn, weil sowas häufig bis tief in die Nacht dauert und da wäre man wohl nicht wirklich in der Lage, das zu machen. Und genau das ist immer noch im Gange. Ja, es gibt Einigkeit, so viel kann man wohl sagen, aber ob die am Ende auch in schriftliche Rechtsform sauber gegossen werden kann und das dann noch geeint ist, das ist genau das, was noch ansteht. Und das stand eben am Freitag vor einer Woche noch nicht fest, weshalb leider eine Verschiebung erfolgen musste und auch am vergangenen Freitag stand das so noch nicht abschließend fest. Und im Übrigen, viele sagen, wenn es dann nur eine Woche war, warum hätte ich das nicht trotzdem aufsetzen können? Nein, das geht eben nicht, denn wenn die Einigung in Gesetzesform gebracht worden ist, dann muss sie auch noch der Opposition zugeleitet werden, der Ausschuss muss darüber befinden können. Das alles hätte nur geklappt, wenn es Freitag vor einer Woche fertige, geeinte Unterlagen gegeben hätte. Die gab es eben nicht und deswegen musste das Gesetz abgesetzt werden. Bin jetzt aber sehr zuversichtlich, dass das Gesetz nunmehr im Dezember in der Sitzungswoche aufgesetzt wird, dass wir die restlichen paar Details vielleicht in aller Kürze sozusagen geschafft haben und dass das Ganze dann auch entsprechend vorgelegt und beschlossen werden kann. Und ja, es wird Veränderungen geben. Ich würde sagen, es wird auch Verbesserungen geben, aber über die konkreten Details ist Stillschweigen vereinbart. Da werde auch ich nichts zu sagen und da könnt ihr mir noch so viele Mails zu schicken und anfragen. Von mir zumindest wird es keine Antwort dazu geben. Aber das vielleicht nur zur Klärung, Einigung ja oder nein. Eine Einigung, die man erzielt, muss erst noch in die rechtssichere schriftliche Form gegossen werden. Und diese Ergebnisse liegen halt nicht vor bisher. Und deswegen wäre ich vorsichtig damit zu sagen, wir haben schon eine komplette Einigung, aber wir sind nicht nur auf einem guten Weg, wir sind ganz kurz vorm Ziel. Und insofern, es wird dann auch ein Gesetz kommen. Der Ausschnitt von gerade eben, wie eingeblendet, stammte vom 19.11., jetzt drei Tage später, am heutigen 22.11., folgende Aussagen von Heidenblut. In aller Kürze, dass die Haushaltswoche, also der Haushaltsabschluss verschoben wird, ist auch mir gerade erst bekannt. Ich werde jetzt bombardiert mit Fragen, ob das Kangeh dann in der kommenden Woche aufgesetzt wird. Das kann ich leider noch nicht sagen. Was die Verschiebung zur Konsequenz hat, ob Diskussionen über einzelne Haushaltspositionen trotzdem kommende Woche laufen, ob und wie andere Gesetze in die kommende Woche gezogen werden können, das alles kann ich noch nicht sagen. Sobald ich Klarheit habe, werde ich euch das gerne mitteilen. Für mich ist klar, das Kangeh ist eigentlich soweit fertig, dass wir da rangehen könnten. Und ich gehe davon aus, dass in diesem Jahr das dann auch passieren wird. Entweder wie vorgesehen in der 50. KW oder vielleicht dann schon in der nächsten Woche. Aber wie gesagt, was die Verschiebung konkret für Konsequenzen hat, kann ich bisher nicht sagen. Wie wir gerade von einem der zwei SPD-Berichterstatter gehört haben, die zweite wäre Carmen Wege. Aber er hat auf jeden Fall bestätigt, dass das Cannabis-Gesetz fertig sei. Ob es wirklich in KW 48 in die Tagesordnung kommt, das muss man dann sehen. Das Einzige, was man jetzt tun kann aus Sicht des Weedmobs, ist einfach aktiv sein. Geht auf Social Media, meldet euch per E-Mail bei euren Abgeordneten, bei den Parteien. Für Briefe dürfte es fast schon wieder zu kurzfristig sein. Aber auf jeden Fall macht es, seid einfach sichtbar für das Thema. Setzt euch ein, dass eben das Cannabis-Gesetz noch vor KW 50 nun in diesem neu freigewordenen Zeitslot anstatt im Haushalt 2024 in KW 48 gesetzt wird. Und dann werden wir ja sehen, wie ernst es der Regierung mit dem Cannabis-Gesetz ist. Das wäre eine Chance, den Umfragewerten, die im Tief sind, entgegenzuwirken und für eine generelle Stimmungsaufhellung in der Bevölkerung zu sorgen. Von daher, ich bin sehr gespannt, ob die Ampel-Regierung diese Art der Positiv-Nachrichten auch wirklich nutzt und sich hier einen kleinen Image-Bonus verpasst. Bis dahin würde ich mich sehr über ein Like auf dem Video sowie ein Abo auf dem Kanal freuen. Wenn ihr nichts weiter verpassen wollt, auch die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.